Das müssen wir dann so machen, als wir das da hinpacken. So. Und dann nehmen wir das hier weg und packen hier die Kiste hin. Wenn wir jetzt hier... ...Kobbel reinpacken, passiert gar nichts. Ich dachte, die Sachen fallen dann da rein und fallen dann hier rein. Wenn wir den da reinpacken, landet der da drinnen. Okay. Die Nummer kurz weg. Mit dem Ofen. Okay. Wenn ich den jetzt da hinschmeiß, landet der da drinnen. Hm. Moment, dann können wir das ja so machen. Nehmen wir das hier weg. Das hier auch weg. Packen wir hier. Mensch, kannst du mal den Ofen da so? Hä, 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 hä. Ja, und dann? Haben wir da den Ofen? Ähm, ja. Nö, ja. Warum einfach, wenn's auch kompliziert geht? Moment. Dann müsste er ja eigentlich... ...das so haben. Moment, dann müssen wir das hier nochmal wegnehmen. So, so, so. Oh, nein. Erde, Erde. Trichter, Trichter. Oh, nein. Erde, Erde. Trichter, Trichter. Ofen, Ofen. So, hier packen wir dann... ...die Sachen rein. Sprich... Achso. Ich versuche mal die Sachen aufzufangen. Kiste, Kiste. So, jetzt ist natürlich die Frage, was von den beiden kommt da oben an? Ah, naja, okay. Von oben füllen wir dann also. Okay, 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 okay. Also hier oben kommt das Material rein, was wir haben wollen. Dann kommt es hier rein. Fertig. Okay. Machen wir das so. Na komm. Dann brauchen wir jetzt ja nur noch... So. Ne. Das ist ja falsch. So, dann müssen wir das hier nochmal wegnehmen. Hier. Erde hin. Trichter. Nein. Trichter, Herr Richter. Genau. So. Dasselbe müssen wir hier machen. So. Wo ist denn jetzt hier? Da. Da ist die Ofen. Wo ist die Ofen? Da ist die Ofen. Erde. Dreh ich da. Aber ich seh gerade, das müsste dann ja noch ein weiter hier rüber. Sonst können wir ja gar nicht Oder das muss Ein Meter hier rüber Weil wir wollen ja zweimal Ja okay Eigentlich ist es auch albern Das zweimal für Essen Ähm Machen wir das erstmal so Das geht nicht auf Das kann weg Hier kommen die Öfen rein So dann packen wir Hier ein Eisen rein Hier ein Kohle rein Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Genau Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Acht Ein Hier kommt einer rein Hier kommt acht rein So jetzt müsstet ihr immer nachfüllen Sobald Gedönster Gedönster Das sind sechs Da sind fünf Der füllt sich natürlich immer voll Und hier auch Okay, dann nehmen wir das hier wieder weg So Oh Okidoki Wie viel Platz haben wir denn noch hier? Eine Wand dicke, oder? Ja, dann ist das nicht ganz mittig Das ist dann aber auch egal Das können wir denn auch anders lösen Ähm Dann muss das so Ah ne Halt So So Der geht nach unten Und der geht auch nach unten Warum geht der nach unten? Lass dich nach unten gehen Der geht richtig Hä? Wo ist denn jetzt? Weil das ist so ein Schluck Spicht So Dann muss die Fackel weg Da kommt die Erde hin Da brauchen wir ja noch ein paar Wie brauchen wir denn noch? Eins, zwei, drei, vier Vier brauchen wir noch Machen wir also noch Kisten Und Eisen Eisen Äh Und Kisten Machen wir noch ein bisschen Holz So Okay Warte, hab ich gesagt Wie viele? Eins, zwei, drei, vier Eins, zwei, drei Vier Und dann kommt wieder alles weg Lalalalalalalala So Kommt der da dran Der kommt da dran Der da und der da Kommt der weg Der weg Der weg Der weg Kiste 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 Richtig Jetzt ist das natürlich ein bisschen aus der Mitte geraden Weil das könnte man ja auch eigentlich Ja gut, das funktioniert ja Nehmen wir das hier nochmal alles weg Müssen wir neu machen Das kommt weg, das kommt weg Und weil wir böse sind Müssen wir das einfach nochmal von vorne bauen Weil das ist ja alles nicht ganz so einfach Also Kiste, Kiste Da muss man denn da So machen Dann ist der da dran Dann macht man Das so So Da in der ran Da in der ran Dann springt man hier hoch Und Liegt das dann da drunter So schnell Kriegt man das zusammen Dann macht man Kiste, Kiste Erde, Er Erde Und da packt man auch einfach was dran Weil Da kommen ja Kisten vor Das sieht man da nicht mehr So Jetzt brauchen wir nur noch die Öfen Vor die Erde zu packen Und schon haben wir das fertig Das automatische Brennsystem Ist nicht das schönste Aber Es tut seinen Zweck So Dann können wir hier nämlich Die Öfen auch abreißen Dann packen wir nämlich alles da drüben hin Falls wir was manuell Kurz Brennen wollen Ne Ihr seid falsch Junge Du bist falsch So Die Fackel kommt mal weg Die packen wir hier mal auf den Boden hin Also das kann da bleiben Kommt auch weg Hier unten packen wir mal Fackeln hin Haben wir hier doch noch drinnen Da kommt auch mit So Da Liegt Da liegt Dann machen wir hier auch So Ähm Truhe 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 Wie machen wir das jetzt am besten? Gute Frage Nächste Frage Also wir werden auf jeden Fall Das so machen Dass wir hier Die Kisten Das machen wir erst mal wieder hier zu So Das Das Genau Und dasselbe machen wir hier auch Komms weg Hä 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 Holt ihr nämlich halt Koppel 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 Nein Da rein Äh So Ja 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 so ist richtig So Okidoki Nein Ich will ihn dahinter sitzen Dahin Und dahin Okay Der ist da Der ist da Alles gut Alles gut Alles gut Möchte ich das hier noch ein bisschen Natürlich Ein bisschen einkleiden Nuh wie Nuh wie Komm nehmen wir hier auch Helles Holz Bleiben wir Uns treu Machen wir das so Gucken wie das aussieht Das ist nicht noch Das Das Optimum hier Huch Na das ist auch nicht das Optimum Optimum Prime Wer kennt die nicht Ähm Bbbbbbbbbbbbb Holz Ich denke hier hinten werde ich dann alles lagern Was ich eigentlich nicht häufig brauche Aber das wird sich ja sowieso Mit der Zeit dann Einspielen Okidoki Okidoki Ich brauche mal Erde Die ich nicht mehr habe Ach komm Können wir auch Koppel nehmen So So Ist das gut so Ist natürlich doof Dass man Jetzt da oben das sieht Wenn ich da ein Slap hin mache Ist ja auch egal Selbst wenn da ein Slap ist Man sieht ja trotzdem das da Der Slap müsste dann ja die untere Ebene sein Ja gut Geht nicht anders So So Ich ziehe das jetzt einfach hier durch Und dann nehmen wir das hier weg Ok Ähm Den nehmen wir hier auch mal weg Kann auch mit rüber Und die Werkbänke Naja gut Die sollten ja hier sowieso weg Die werden wir dann Da ein hin packen Da ein hin packen Genau 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 So Der gute Mann Oh nee Da steht der Kacke Packen wir mal da hin Dann müssten wir eigentlich da auch noch einen hin packen Hm Okay Können wir die Fackel hier mal wegnehmen Kommt da eine Fackel hin Nein Und da eine So Und so Du kommst weg Du kommst weg Dürfte ich ja eigentlich nicht spawnen Wenn doch Haben wir Pech gehabt So Dann können wir nämlich die Truhe hier Mit der Kohle Und Dem Gedöns Eisen Ja gut Das müssen wir halt dann immer umlagern Das Ist glaube ich nicht so schlimm Dann packen wir hier oben nämlich die ganze Nein 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 Hier kommt die Kohle rein So Und hier oben Kommt das Zu fertigen Produkt Und hier haben wir dann nachher die fertigen Sachen Dasselbe Müssten wir eigentlich auf der anderen Seite auch machen Dann gehen wir hier mal ein Stack weg Hier auch ein Stack weg Kommt da ein Stack rein Da kommt ein Stack rein Und da oben kommt halt das Fleisch rein Lagern tun wir die Sachen dann hier Wenn sie fertig sind Aber so haben wir zumindest die Kohle da raus Los Das Bis zum consistency Bis zum nächsten Mal.